Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Denn dadurch, dass ihr dran geblieben seid, ist mein Respekt für euch gestiegen, um gleich beim Thema zu bleiben. Ihr gehört zumindest nicht zu der Sorte Mensch, die gleich bei den ersten unschönen Worten die beleidigte Leberwurst spielen und flüchten. Das zeugt von Neugier und Courage und das hat Respekt verdient. Damit sind wir auch schon bei der zentralen Eigenschaft von Respekt. Er ist nicht einfach da, man muss ihn sich verdienen. Und genau hier liegt der Hase im Pfeffer. Viele Menschen haben schlicht falsche Vorstellungen von der Bedeutung des Begriffes Respekt. Und das zieht sich durch alle Bereiche des Lebens. Ich werde im Folgenden einige Beispiele bringen, die für viele im täglichen Leben als Standard gelten. Als ich am Skript für dieses Video gearbeitet habe, habe ich festgestellt, dass ich allein zu dem Begriff Respekt mehrere Videos machen könnte, weil er so viel Zündstoff birgt. Und genau das werde ich auch tun. Hier und jetzt soll es erst einmal um einige grundsätzliche Aspekte gehen, die dem Begriff innewohnen. Starten wir mit Respekt auf privater, familiärer Ebene. Wir bekommen von frühester Kindheit durch Bücher, Lehrer, Medien und selbst durch vermeintliche Freunde schon eingebläut, dass wir unseren Eltern Respekt entgegenbringen müssen. Was für ein Schwachsinn. Das mag vielleicht für die Klischee-Familie gelten, in der die Eltern sich von Geburt bis Tod aufopferungsvoll um ihren Nachwuchs kümmern. In diesem Fall ist Respekt natürlich angebracht, dadurch, dass Verhalten der Eltern enge und tiefe Familienbindungen entstanden sind und sie sich den Respekt ihres Nachwuchses damit verdient haben. Aber seien wir doch mal realistisch. Das ist gerade in der heutigen Zeit nicht mehr die Norm. Mehr und mehr Kinder werden in Patchwork-Familien oder von alleinerziehenden Elternteilen großgezogen. Zumeist von der Mutter. Sodass ihnen oft auch noch eine männliche Bezugsperson beim Aufwachsen fehlt. Und dennoch hört man immer wieder von allen Seiten, meist auch aus dem religiös geprägten Milieu, man muss seinen Eltern Respekt entgegenbringen. Egal wie die individuellen Umstände in der jeweiligen Familie in Wirklichkeit aussehen. Hier ein aus dem Leben gegriffenes Beispiel aus meinem Umfeld. Jemand lernt erst mit 37 Jahren seinen leiblichen Vater kennen. Hat mit ihm eine Meinungsverschiedenheit und bekommt dann vom Rest der Familie gesagt, er möge seinen Vater mehr Respekt entgegenbringen. Hä? Was? Wieso das denn? Womit bitteschön hat dieser Mann sich denn den Respekt seines Sohnes verdient? Dadurch, dass er nie für ihn da war? Oder dadurch, dass er sich nun mit altklugen 0815 Ratschlägen als allwissendes Familienoberhaupt gab? Anstatt zu versuchen, mit gegenseitiger Empathie die individuelle Situation zu verstehen und so eine persönliche Beziehung zu seinem Sohn aufzubauen. Letzteres hätte Respekt verdient gehabt. Aber damit hier kein falscher Eindruck entsteht, das betrifft nicht nur Väter, sondern auch Mütter. Denn ich habe noch ein Beispiel aus meinem Umfeld. Die Mutter bekommt ein ungewolltes Kind, kümmert sich nicht darum, verliert das Sorgerecht und meldet sich erst pünktlich zum 18. Geburtstag wieder beim Sohn, um Unterhalt von ihm zu verlangen. Und selbst in diesem Fall bekommt der Sohn von Freunden und anderen Familienmitgliedern gesagt, er müsse seiner Mutter Respekt entgegenbringen, weil es ja seine Mutter ist. Eine selten dämliche Logik. Die Mutter hat den Respekt ihres Sohnes ja noch weniger verdient wie der Vater im ersten Fall. Glaubt hier wirklich jemand, dass Vater und Mutter in den geschilderten Beispielen den Respekt ihres Sohnes verdient haben? Nur weil es die leiblichen Eltern sind? Und die Frage war jetzt nicht rhetorisch. Schreibt eure Ansichten bitte unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Und bevor jetzt jemand sagt, das sind aber seltene Ausnahmefälle. Erstens könnte ich noch unzählige weitere Beispiele aufführen. Zweitens habe ich hier ein paar Statistiken darüber, dass die klassische Familie mehr und mehr kaputt geht. Warum das so ist, könnte übrigens Thema einer anderen Episode werden. Und drittens, geht doch einfach mal mit offenen Augen und Ohren durch euren eigenen Bekannten, Freundes oder Familienkreis. Und ihr werdet feststellen, die wenigsten leben in einem Heile-Welt-Szenario. Und genau deswegen sollte man nicht schon Kinder damit indoktrinieren, grundsätzlich immer ihren Eltern Respekt entgegenbringen zu müssen. Bloß weil es die Eltern sind. Aber sehen wir uns doch einmal die exakte Definition des Begriffes Respekt an, wie sie im Duden steht. Erstens, auf Anerkennung, Bewunderung, beruhende Achtung. Zweitens, vor jemandem aufgrund seiner höheren, übergeordneten Stellung empfundene Scheu, die sich in dem Bemühen äußert, kein Missfallen zu erregen. Drittens, aus dem Schrift- und Verlagswesen, freigelassener Rand einer Buch-Briefseite, eines Kupferstichs oder ähnliches. Die dritte Definition können wir hier mal außen vor lassen. Da diese sich auf einen spezifischen Bereich bezieht, der hier nicht Thema ist. Für uns sind die ersten beiden Definitionen relevant, mit besonderem Fokus auf die erste. Denn wenn man seine Eltern nur deshalb respektiert, weil sie eine höhere, übergeordnete Stellung haben, ist in der Eltern-Kind-Beziehung auch etwas nicht in Ordnung. Natürlich sollte jeder wahre Respekt gegenüber den Eltern auf Anerkennung und Bewunderung beruhen. Und sehen wir uns die oben genannten Beispiele doch mal unter diesem Aspekt an. Anerkennung und Bewunderung, wofür denn? Beim Vater dafür, dass er es geschafft hat, seine biologische Funktion auszuführen und eine Frau zu schwängern? Na, herzlichen Glückwunsch! Bei der Mutter dafür, dass sie ihrerseits ihre biologische Funktion ausgeführt hat, das Kind auszutragen und zur Welt zu bringen? Okay, der biologische Prozess dauerte bei der Mutter naturgemäß mit neun Monaten wesentlich länger als beim Vater. Jedoch hat sie dadurch kein bisschen mehr Respekt verdient. Es handelt sich, wie gesagt, nach wie vor bei beiden um grundlegende biologische Funktionen. Nicht mehr und nicht weniger. Was als nächstes? Wollen wir auch noch Leuten Respekt, Achtung, Anerkennung und Bewunderung entgegenbringen, weil sie es schaffen, regelmäßig ein- und auszuatmen? Das wäre ungefähr genauso unsinnig. Also, ihr seht schon, es gibt bei den genannten Beispielen für die Kinder absolut keinen Grund, Mutter und Vater Respekt entgegenzubringen. Das soll nicht heißen, dass die Kinder die Eltern verachten oder ignorieren sollten. Die Eltern könnten durch ihr Verhalten dafür sorgen, dass sie auch jetzt noch den Respekt ihrer jeweiligen Kinder verdienen. Und genau das ist hier der wesentliche Punkt und ich kann ihn nicht oft genug betonen und wiederholen. Respekt, egal ob einseitig oder gegenseitig, ist nicht einfach standardmäßig da, bloß weil man existiert, sondern er muss erst verdient werden. Da hat er etwas mit Geld gemeinsam und das ist kein Zufall. Beides ist wertvoll und für beides muss man erstmal etwas tun, um es zu verdienen. Wobei ich persönlich Respekt auf zwischenmenschlicher Basis als die wichtigere Währung betrachte. Denn wenn man den Respekt einer Person hat, ist auch die Vertrauensbasis größer. Aber das ist auch ein Thema für künftige Folgen. Also, wenn ihr künftig von Pädagogen, Medien, Büchern oder Freunden gesagt bekommt, dass Kinder ihren Eltern immer Respekt entgegenbringen müssen, nehmt das nicht so einfach hin. Es kommt immer auf die individuellen Umstände an. Und wenn jemand mit Redewendungen wie Blut ist dicker als Wasser oder Die Eltern sind dein Eigenfleisch und Blut argumentiert, lacht diese Person aus. Denn solche Argumente sind nun wirklich das Primitivste und haben ihren Ursprung wahrscheinlich in der Steinzeit. So, jetzt habe ich lang genug zum Thema Respekt gegenüber den Eltern geredet. Jetzt interessiert mich wirklich eure Ansicht dazu. Stimmt ihr mir zu? Widersprecht ihr mir? Und wenn ja, warum? Teilt dieses Video bitte in den sozialen Medien, vor allem, wenn ihr meint, das Thema könnte eure Freunde und Verwandten interessieren. Ich möchte nämlich möglichst viel Feedback bekommen, gerne auch positive und negative Beispiele aus eurem eigenen Leben. Da ich mir dies notiere und wenn die Anzahl repräsentativ ist, würde ich ein Update machen. Der nächste Teil der Respekt-Reihe dreht sich um Respekt außerhalb der Familie. Insgesamt werden wir uns auf diesem Kanal aber auch mit anderen gesellschaftlichen, politischen, philosophischen und unterhaltsamen Themen beschäftigen. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, lasst bitte ein Abo da. Genug der Eigenwerbung, danke fürs Zuschauen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Fortsetzung folgt. Garantiert.